Ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass wir von diesem Frontalunterricht wegkommen, eher hin zu mehr Praxis. Greifen und begreifen finde ich viel wichtiger, als sich vor so ein Buch zu setzen, was irgendwie schon 15 Jahre alt ist und da einfach Fakten drin stehen, die einfach nicht mehr der Realität entsprechen.